Bonaparte freaken gerade auf der Himbeere ab, auf dem Apfel legen, leicht Beuys-Noise auf. Der Westfalenpark steht ganz im Zeichen des Fruchtleitsystems. Hier gibt es Obstsalat beim Juicy Beats und DU21TV ist für euch dabei. Was habt ihr euch heute vorgenommen für euer Programm? Also sieht man hier beim Festival das, was man auch bei der Bühnenschau sieht oder macht ihr was ganz anderes? Naja, es wird anders, weil wir diesen alten Dortmund-Dialekt, also der ist sehr, sehr alt, da sprechen auch nicht mehr so viele Leute in Dortmund, wir haben alle Lieder übersetzt in diesen Dialekt. In Ropott. Genau, und so machen wir das dann. Können wir das mal hören? Nee, nee, weil ich will das nicht vorneweg so, das ist schlecht fürs Karma, aber vielleicht kannst du ja mal ein Lied von uns in diesem alten Dialekt sagen. Ich glaube, Anti-Anti ist auch dort wunderisch und Ursprach-Dialekt. Anti-Anti, das läuft. Anti-Anti! 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 Untertitelung des ZDF, 2020